Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von produkt-kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Benjamin an. Dieser hat über Listerine geschrieben, welches er mit 4,5 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Listerine Mundspülung, Erfahrungen und Test. Listerine Produkte. In meinem Bericht heute möchte ich auch etwas generell erzählen über die Mundspülung und ihre Vorteile über Listerine und über die restlichen Produkte. Listerine, Unternehmensgeschichte. Die Geschichte der Marke begann vor mehr als 130 Jahren mit dem englischen Arzt und Chirurgen Sir Josef Lister. Lister traf in seiner Karriere auf zwei bedeutende Männer. Dr. Josef Lawrence und Robert Wood Johnson, der Gründer der weltweit bekannten Johnson & Johnson Gruppe. Dr. Josef Lawrence war er schließlich, der die Formel für Listerine entwickelte, inspiriert und angelehnt an die Forschungen von Josef Lister. Damals war Listerine ein reines Desinfektionsmittel für Operationszähle und Vermischtheitslösung, ein Mittel für die Behandlung von Wunden. Seit 1895, also 14 Jahre nach der Gewinnung des Unternehmens, wurde das Mittel auch erstmals an Zahnärzte verkauft, da Studien zeigten, dass es Bakterien im Mundraum abfütet. Schon 1986 ist Listerine ein echter Bestseller in den Staaten und ist seitdem auch noch außerhalb der USA erhältlich. Listerine Sortiment. Im deutschen Sortiment sind zurzeit elf verschiedene Mundspülungen, die alle für unterschiedliche Ansprüche entwickelt worden sind. Listerine Professional Sensitive Therapie. Dieses Mundwasser eignet sich speziell für schmerzempfindliche Zähne und hat den Anspruch, eine Linderung herbeizuführen. Zurückgegangener Zahnschmerz und Zahnfleisch legen die Zahnhälse frei, was dazu führt, dass Kälte, Hitze, Süße oder Säure extrem unangenehm empfunden wird. Jede Spülung mit Listerine bringt Kristalle, die eine Barriere um die Detinkanäle bilden. Schon nach neun Anwendungen soll man eine Schmerzlinderung spüren, was klinisch bestätigt wurde. Listerine Zahn- und Zahnfleischschutz. Durch Zusatz von Fluorid wird der Zahnschmerz gestärkt und Karies vorgebeugt. Reduzierter Zahnbelag hilft Zahnfleischentzündungen zu reduzieren. Einige Wirkstoffe sind hier unter anderem Eukalyptus, Wintergrün, Thymian und Pfefferminze. Listerine Total Care. Diese Spülung vereint sechs Wirkungen in einem. Reduzierter Zahnbelag, Schutz für das Zahnfleisch, Bakterien bekämpfen, Fluorid gegen Karies, Zink gegen neuen Zahnstein und natürlich der gewohnte frische Atem. Listerine Advanced. White. Die Multi-Effekt-Formel hält die Zähne auf, reinigt und stärkt sie. Dafür sorgen ätherische Öle, die die Zahnoberfläche reinigen und vor neuen Verfärbungen bewahren. Gesprochen wird hier von einer nicht-appressiven Whitening-Technologie. Listerine Zero. Im Zero-Mann-Wasser ist kein Alkohol enthalten, was das ganze Produkt weniger scharf im Geschmack macht. Listerine Zahnsteinschutz. Diese Formel hat eine extra hemmende Wirkung auf die Neubildung von Zahnsteinen. Listerine Total Care Sensitive. Auch dieses Produkt wendet sich an Leute, die unter schmerzempfindlichen Zähnen leiden. Die Sechsachwirkung sieht hier so aus. Bekämpft Bakterien, reduziert Zahnbelag, frischer Atem, gesundes Zahnfleisch, stärkt die Zähne und baut einen Schutz auf für schmerzhafte Reaktionen auf heißes, kaltes, süßes oder saures. Listerine Cool Citrus und Cool Mint. Das sind die klassischen Mundwasser. Einerseits mit einem frischen Minzegeschmack und andererseits mit einem fruchtigen Geschmack der Zitrone. Listerine Smart Kits. Die Mundspülung für Kinder kommt einmal mit dem Geschmack von Beeren und einmal in Minze. Die Besonderheit hierbei ist, dass die Zähne eingefärbt werden und so Speisereste besonders deutlich werden. Das soll den Spaß am Zähneputzen steigern, da man so besser erkennen kann, ob man ordentlich geputzt hat oder eben nicht. Warbe Mundspülung verwenden. Die Flüssigkeit kann überall dort einringern, wo man mit der Zahnwisse gar nicht oder nur kaum hinkommt. Zahnzwischenräume, das Zahnfleisch, die Zunge und generell der gesamte Mundraum wird so von Bakterien befreit und es sorgt für einen frischen Atem. All dies hilft, eine gesunde Mundflora zu erhalten oder aufzubauen. Zur optimalen Ergänzung dem Mundwasser und dem normalen Zähneputzen sollte man auch noch Zahnsäule hinzunehmen. Bei der Anwendung gibt es Unterschiede, abhängig vom Mundwasser. Medizinische Mittel werden zum Beispiel nur über einen gewissen Zeitraum angewendet, aber andere kann man auch täglich anwenden. Listerine empfiehlt bei den meisten Spülungen eine zweimal tägliche Anwendung, immer nach dem Putzen. Listerine Test und Erfahrungen. Seit mir mein Zahnarzt empfohlen hat, eine Mundspülung als zusätzliche Pflege einzubauen, tue ich dies. Er sagte damals, ich solle sie nur einmal am Tag nehmen und ab und zu auch mal eine Pause einlegen. Das ist allerdings schon eine ganze Weile her und ich kann mir vorstellen, dass damals die Produkte vielleicht noch aggressiver waren. Mittlerweile verwende ich es so wie vorgeschrieben, nämlich zweimal am Tag, da es offensichtlich meinen Zähnen nicht geschadet hat. Schon seit mindestens drei Jahren ist Listerine fester Bestandteil meiner Routine und ich bin immer bei Cool Mint, also sozusagen bei dem Klassiker geblieben. Vor einiger Zeit ist mir dann allerdings die Sensitive Therapie ins Auge gestochen und ich habe diese nun seit zwei Monaten im Badezimmer stehen. Meine Zähne reagieren extrem empfindlich auf Kälte und Süßes. Ich habe schon sehr viele Zahnpastas ausprobiert, wie Sensodyn oder Bio Repair, die alle versprechen die Schmerzempfindlichkeit zu lindern. Manchmal habe ich es vielleicht etwas gespürt, aber nie zu 100%. Die Sensitive Mundspülung konnte bisher tatsächlich den größten Effekt erzielen. Spürbar wurde es gefühlt nach anderthalb Wochen. Gerade bei kaltenden Sachen merke ich es extrem. Süßes löst bei mir ab und zu immer noch eine schmerzliche Reaktion aus. Das ist aber erstaunlich, wenn man überlegt, dass ich sonst noch nie so eine Besserung hatte. Ich denke, es liegt wirklich daran, dass das Mundwasser einfach überall hingelangt, was man bei einer Zahnpasta einfach nie wirklich erreichen wird. All dies ist schon durchaus positiv, aber ich liebe einfach auch den frischen Geruch und könnte nicht mehr ohne. Nach dem Putzen allein ist man zwar schon deutlich erfrischt, aber irgendwie reicht mir das dann auch nicht mehr. Mein Zahnist hat bisher auch nichts wieder bemengen können, also denke ich doch, dass es mir und meine Zähne sehr gut tut. Cool Mint und die Sensitive Therapie kann ich also guten Gewissens empfehlen. Besonders die Sensitive Therapie würde ich all den Menschen mit sensiblen Zähnen ans Herz legen. Versucht es doch mal selbst und vielleicht habt ihr auch solche Erfolge damit wie ich. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de Jetzt bin ich auf den Laufenden weit fertig. Bis bald, 2012.